Hallo Leute, es kommt zu meinem neuen Video. Heute schrocken wir von meiner Schwester bis hin. Tablet. Da ist glaube ich noch eine SIM-Karte drin. Das wird so richtig geil. Wir müssen auf jeden Fall Brille aufziehen. Wir treffen uns draußen. Ciao. Okay Leute, ich bin jetzt draußen angekommen mit meiner Schwester. Am Start, der gerade zockt. Jetzt gehen wir in so eine kleine Grube. Oh mein Gott, Schneidmon. In die Grube, da schrotten wir ihr Tablet, was sie gerade in der Hand hält. Aber nicht mein Handy dafür. Ich weiß, ich habe vorhin auch mein iPad. Ich schrotte es dich auch nicht mehr. So Leute, ich muss mir gehen. Okay, ich renne schon mal vor. Wir sind da. Okay, wir sind jetzt hier in der Sickergrube angekommen. Da sind Menschen. Wo? Hä? Das Tablet? Ja. Ah, da ist Schuhe. Ah! Wir sind Schuhe nun. Hey Leute, jetzt brechen Sie mal die Kamera. Achte, die Kamera. Okay, und los. Eins, zwei, was der heck. Geil. Eins. Oh mein Gott, zeig mal die Aussicht. Ja, eigentlich noch ganz okay. Hier, ganz okay. Hier, ganz okay. Hier. Oh mein Gott. Zeig mal, Feier. Oh mein Gott. Ach du meine Fresse. Also erstens, oh mein Gott, das ist alles kaputt. Und hier ist alles alles dreckig. Oh mein Gott. Hier. Hier, alles. Nicht in das eklige Dings reinwerfen, weil das ist kacke. Oh mein Gott, hier riecht. Auch so richtig geil am Start. Leute, es ist so saukalt hier draußen. Es ist super, äh, kalt. Okay. Schmeiß so gut los. Ja, voller Wucht. Oh mein Gott. Oh. 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 Alles. Und das Ding ist auch ab. Komm. Das kann man wieder dran machen. Deswegen mach ich jetzt auch schnell. Ja, das Ding hinten ist abgefallen. So sieht das Ergebnis aus. Sehr hübsch, gell? Ja. Das ist halt, Alter. Das arme Ding. Oh Stefan, das geht jetzt noch an. Ey, wenn du jetzt deine Ding runterziehst, ist doch so was. Los. Los, komm. Oh mein Gott, Leute. Wir werden jetzt jetzt noch ganz viel rumschmeißen und dann zeigen wir euch das. Ich würde das ganze Zeit noch machen. Ja, wir werden jetzt alles rumschmeißen. Das wird so geil. aus. Voll dumme. So sieht das Tablett auf jeden Fall aus. Man kann es schrottig. Das kann man, glaube ich, schon zerbrechen. Ähm, falls ich das Video gef... Oder? Wie du willst. Äh, wir schmeißen dann die letzten Worte für dieses eigene Hals. Ihr Tablett. Das arme Tablett. Tut mir leid, Tablet, dass wir das gefrucht haben. Ähm, ja. Und wir schmeißen gleich wieder in die Tonne. Bis gleich. Tschüss, Tablett von Mariella. Tschüss. Wie hee hee hee.